Welche Einstellung, Haltung ist aus Ihrer Perspektive nützlich, um erfolgreich in das Studium zu starten? Was sollte man mitbringen? Also zunächst einmal denke ich, dass man sich bewusst sein muss, was denn eine Universität ist. Das ist kein Gebäude, das ist keine Maschine, die Wissen produziert oder Diplome produziert, sondern das ist ein Lebensraum, wo sich Menschen begegnen, miteinander sprechen und miteinander an Wissen arbeiten. Universitas, wie das tatsächlich ursprünglich verstanden worden ist, als die Einheit von Lehrenden und Lernenden. Weil wenn ich einfach nur was lernen will, dann kann ich mir auch ein Buch kaufen. Da brauche ich nicht diesen Raum. Und das ist auch der anderen Seite, man muss sich auch bewusst sein, dass es ein großes Geschenk, das die Gesellschaft Menschen, jungen Menschen gibt, um sich einfach entwickeln zu können an einer ganz entscheidenden Weichenstellung im Leben. Das ist das eine. Was auf jeden Fall gut ist, ist natürlich da mit einer gewissen Offenheit und Neugier heranzugehen, zu sehen, was es denn da alles gibt. Also nicht nur sich aufs Fach zu konzentrieren und mit einer Scheuklappe durchzugehen, sondern da einfach auch darauf einzulassen, was einem da so alles begegnet. Es ist wichtig, dass man eine Offenheit hat, mit anderen zu kooperieren, Kontakte zu knüpfen, Teams zu bilden. Es ist auch wichtig, Disziplin zu haben, natürlich. Disziplin, weil Fächer oft schwer sind. Ich kann das von meinem Fach sagen. Die Informatik zum Beispiel ist ein schweres Fach, die Mathematik ist ein schweres Fach, technische Fächer überhaupt sind schwere Fächer. Da muss man sich dahinter klemmen, um das einfach auch tatsächlich bewältigen zu können. Und wenn man das aber alles mitbringt, auch zusammen mit einem gewissen Selbstbewusstsein natürlich, dass man das auch schaffen kann, dann denke ich, ist schon mal ein guter erster Schritt getan, wenn man den ersten Schritt über die Schwelle einer Universität macht. Also ganz wichtig ist es natürlich, Neugierde mitzubringen, offen zu sein für Neues. Und Universität steht für Diskurs. Das heißt, die Freude am Diskurs ist natürlich auch ganz essentiell beim Einstieg in die Universität. Und günstig ist es natürlich auch, wenn man schon Ziele hat. Also Studierende mit konkreten Vorstellungen, mit Zielen, gehen anders sozusagen an ihr Studium heran, verglichen mit Studierenden, die ihre Orientierung vielleicht noch nicht gefunden haben. Also Studierende, die konkrete Ziele verfolgen, vertiefen sich schon sehr, sehr stark in ihrem Fach, während orientierungslose Studierende vielleicht eher zu Beginn einmal ECTS abhacken, um ihr Studium voranzubringen, beziehungsweise vielleicht auch einmal eine Grundlage zu schaffen durch einen Bachelorabschluss, mit dem sie dann schon in eine Arbeitswelt eintreten können und Geld verdienen können und dann vielleicht wieder offen sind für Neues. Ja, ganz wichtig zu Beginn ist es natürlich auch, Freundschaften zu knüpfen, Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen, sich zu vernetzen. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der unterstützt einen nicht nur zum Studienbeginn, sondern während des gesamten Studiums und letztendlich auch dann während der Berufs-, im Berufsfeld. Denn die Kontakte, die man an der Universität knüpft, die halten in der Regel recht lange und man arbeitet dann auch in der Zukunft sehr gerne zusammen mit Leuten, die man vielleicht an der Universität schon kennen und schätzen gelernt hat. Das ist natürlich für alle Studierende und war auch damals für mich durchaus etwas, das mit gemischten Gefühlen angegangen wird. Man ist einerseits natürlich, kommt man vielleicht zum ersten Mal aus dem eigenen Elternhaus weg, in eine neue Stadt, aber man trifft neue Leute, man muss neue soziale Kontakte knüpfen, man will natürlich auch neue soziale Kontakte knüpfen, man ist neugierig auf das Studienfach, ist zugleich aber auch der eigenen Leistungsfähigkeit noch gar nicht so sicher. Bin ich überhaupt gut genug, um hier zu sein? Dieses Gemisch an Gefühlen und Spannung ist natürlich bei jedem Studierenden da. Und ist auch wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt, diese Gefühle auch entsprechend abzuarbeiten. Also ein ganz wesentlicher Teil des beginnenden Studiums ist natürlich, dass man neue Kontakte knüpft, dass man einfach die Leute kennenlernt, mit denen man ab jetzt gemeinsam lernen wird. Dafür soll man sich auch ruhig Zeit lassen. Man soll aber zugleich auch natürlich eine Neugierde mitbringen auf das, was einem da bevorsteht. Und sich durchaus mal in dem ersten Semester Zeit lassen, mal auch in ganz verschiedene Dinge hereinzuschnuppern, um herauszufinden, was passt einem denn eigentlich am besten. Also Neugierde muss man mitbringen, sich Zeit lassen für die sozialen Kontakte. Ich würde sagen, es braucht auch eine gewisse Toleranz gegenüber der eigenen anfänglichen Ignoranz oder Unfähigkeit. Denn wenn man etwas ganz Neues anfängt, ist natürlich klar, dass das anfangs auch mit Frustrationen verbunden ist. Oder die anderen Studierenden scheinen so viel klüger zu sein oder so viel schneller zu sein. Studierende haben ein ganz eigenes Tempo, das sich von anderen immer unterscheidet und ist von daher immer zu erwarten, dass man in manchen Hinsichten hinter irgendeiner Gruppe ein bisschen hinterherhängt. Das heißt nicht, dass man nicht letzten Endes genauso gute Leistungen erbringen kann wie die auch. Man lernt halt nur in einem anderen Tempo. Also Toleranz gegenüber auch manchmal der eigenen Langsamkeit. Ich würde aber auch sagen, eine gewisse Toleranz manchmal gegenüber Dingen, die vielleicht ein bisschen langweilig oder öde sind auf den ersten Blick. Ich habe über die Jahre viele Studierende in der Wissenschaftsphilosophie, meinem Bereich, gefunden, die sagen, also ich muss da aus der Biologie weg, denn dieses endlose Experimentieren, da an der Laborbank stehen und wie wir das gleiche Experiment wiederholen, hat mich so angeödet, ich musste einfach was anderes machen. Und das hat mich immer ein bisschen unangenehm berührt, dass die Leute, natürlich wenn sie zur Philosophie kommen, ist immer schön, aber ich glaube dieses Element der Langweile oder der Ötheit von bestimmten Teilen des Studiums, ich glaube das muss man auch ein bisschen positiv annehmen. Das muss man einfach so sehen wie beim Eiskunstlauf. Es gibt also die Pflicht und es gibt die Kür. Und diese Figuren zu lernen, die zur Pflicht gehören, kann manchmal schon ein bisschen sehr, immer wieder das Gleiche wiederholen und immer wieder die gleiche Anstrengung, aber man hat ja ein bestimmtes Ziel im Auge. Und dafür muss man halt diese Dinge dann erbringen. Ist im Sport auch nicht anders. Und sich selbst zu einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin zu machen, ist eine Art von Training, das ganz analog ist darin, dass man zu einem erfolgreichen Sportler oder einer Sportlerin wird. Also auch die Ötheit von manchen Dingen würde ich sagen, positiv annehmen und akzeptieren, okay, das gehört jetzt einfach dazu. Was würdest du Studierenden raten, die an der Universität beginnen? Also zunächst einmal eine Voraussetzung für ein erfolgreiches erstes Semester ist sicher ein Interesse für das Fach, das man mitbringt. Also ohne Interesse, ohne Leidenschaft, glaube ich, wird das schwierig auch, das durchzuhalten, weil das ist der zweite Tipp, glaube ich, der zu beherzigen ist. Man muss sich vornehmen, ein Durchhaltevermögen zu haben. Es wird nicht jede Woche gleich sein. Es wird nicht jede Woche einfach sein. Es wird Rückschläge geben. Es ist einfach viel zu lernen und viel Neues kennenzulernen. Und da braucht es einfach dieses Durchhaltevermögen. Und das ist das dritte und sicher wichtigste, Banden bilden. Man muss sich zusammentun, man muss Lerngruppen bilden, man muss Freunde und Freundinnen finden, man muss Communities finden, man muss ausgehen, man muss vielleicht auch Identitäten entdecken, die in einem schlummern und wo man Gleichgesinnte findet. Und das ist alles ganz entscheidend. Und das ist insbesondere auch im ersten Semester ganz entscheidend, weil diese Banden, die man da bildet, oft einen dann durchs ganze Studium tragen. Und das ist auch eine Herausforderung, dass man Leute trifft. Also gerade in den letzten Corona-Semestern war das wirklich sehr, sehr schwierig für Erstsemestrige. Und da bemühen wir uns aber wirklich, dass wir da Studierenden auch den Raum geben, dass sie sich treffen können und einander finden können. Also Stichwort Kollektiv sozusagen. Irgendwie diese Studierendengruppe als Kollektiv begreifen, von dem man ja auch profitieren kann. Und sozusagen diese Vorstellung aus sehr frühen Zeiten, 19. Jahrhundert, dass man so im stillen Kämmerlein sich mit Büchern zurückzieht und so Wissenschaft im Elfenbeinturm macht, das ist absolut nicht aktuell. Das ist vorbei. Das ist wirklich vorbei zum Glück, oder? Das wollen wir auch auf keinen Fall. Genau, also unbedingt wissenschaftliches Lernen als eine kollektive Arbeit begreifen.